Die Bilder zeigen es. Die 17. Ferien- und Freizeitmesse hat einen guten Start hingelegt. Zahlreiche Reiselustige drängte es bereits am Vormittag in die ausgebuchte Messe Cottbus. Über 200 Aussteller präsentieren in verschiedenen Themenwelten ihre Produkte und Angebote. Das ganze Wochenende über können Ideen und Anregungen für Kurztrips und Urlaubsreisen gesammelt werden. Hier und da kann nebenbei auch genascht werden. Im stark gewachsenen Caravan- und Wohnwagenbereich zeigt die Branche, was sie alles zu bieten hat. Über 25 Marken, von Adria und Bürstner über Hobby bis zur Ventura. Motorräder, Autos und sogar Boote runden die Sache ab. Fahrradfahren in Deutschland boomt. Konventionell oder per E-Bike, auf der Messe werden die neuesten Modelle ausgestellt. Im speziellen Ausstellungsbereich Fit und Gesund herrscht eine große Vielfalt. Über 60 Aussteller zeigen Angebote zu Wellness, Medizin oder Sport. Oder wie hier in gedruckter Form Tipps für Seelenheil. Die Messe ist noch morgen und am Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 guessworkŋ? Die Messe ist noch falsch. Musik 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 Vielen Dank.